Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Jena-Journals heute am Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenspiegel in dieser Woche. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Ostthüringen-Journals. Schön, dass Sie dabei sind. N.T.F. Nahsehen, nicht Fernsehen. Das ist unsere Devise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Regionalmagazins. Lokalfernsehen in Thüringen. Das ist innovatives und kreatives Fernsehen. 16 Veranstalter versorgen die Menschen in der Region mit aktuellen Informationen und geben den Geschichten vor Ort ein Gesicht. Von Altenburg bis Gotha. Von Sonneberg bis Nordhausen. Überall sind die engagierten Mitarbeiter aktuellen Themen auf der Spur. Ob Kunst, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Sport oder Unterhaltung. Lokalfernsehen ist immer hautnah dabei. In Weberstedt am Tor zum Nationalpark Heinich wartet eine exotische Trabi-Ausstellung auf Ihre Besuche. Es sind die vergessenen Geschichten, die bewegen. Die in den Medien kaum noch Platz finden und bei SalveTV ihren eigenen Ausdruck bekommen. Rings um das eigentliche Marktgeschehen gibt es jeden Tag die verschiedensten Programme. Im Haus oder im Freien. Am Sonntag kann man einem Holzschnitzer über die Schulter schauen. Es ist 5.51 Uhr am Sonntagmorgen. Die Sonne geht auf hier oben auf dem Schneekopf. Wir befinden uns 978 Meter, fast 1000 Meter mit dem Turm hier oben auf der Südthüringer Dachterrasse. Ja, es ist noch ein bisschen frisch am Morgen, deswegen freue ich mich ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen. So müssten Eltern, die bisher zum Beispiel 169 Euro zahlen, dann 203 Euro beraten. Lokalfernsehen leistet einen maßgeblichen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Denn neben den Zeitungen sind sie das einzige Medium, das den Menschen aus ihrem unmittelbaren Umfeld Informationen vermittelt. Eine Aufgabe, die überregionale Sender nicht bewältigen können. Bei einer Wochenquote von über 60 Prozent erreichen die Thüringer Lokalsender über Kabel dabei mehr als 420.000 Haushalte. Hinzu kommt eine Vielzahl von Thüringen, die die Internet- und Handyangebote der Sender nutzen. Doch Lokalfernsehen kann noch mehr. Das gemeinsame Format ThüringenTV kann von über 670.000 Zuschauern empfangen werden. Willkommen bei ThüringenTV, ein bewegter Streifzug durch acht lokale Fernsehanstalten. Anders, regional, Fernsehen. Nah, Stadt, Fernsehen. Sehen, was bewegt. Die Thüringer Lokalsender sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Medienlandschaft im Freistaat.